Hallo meine Damen und Herren, also ich bin in München am Flughafen und ich hab mich gedacht, wenn ich nicht nach München gewesen wäre, meine ganze Lebensgeschichte wird ganz anders gewesen. Also, full of thoughts, pretty crazy. Anyway, new music coming out, es gibt neue Musik, das rauskommt am Ende Juli und ich halte euch im Laufen da. Tschüss, flat more van. In München am Flughafen. Flugig verspätet. Also, mal sehen. Tschüss.